Öffentlich namens Taxing Artificial Intelligence haben uns gefragt, wie können wir künstliche Intelligenzen ins Steuersystem integrieren und das geht auch von diesem Gedanken-Experiment indirekt aus. Also wir stellen fest, dass künstliche Intelligenzen so etwas wie Kapitalgüter sind und der enorme Output dieser sehr produktiven künstlichen Intelligenzen fließt natürlich dann in Form von Kapitaleinkommen an die Eigentümer dieser künstlichen Intelligenzen. Übrigens, auch hier muss man dazu sagen, sogar wenn uns die künstliche Intelligenz in allen Bereichen überlegen ist, also sie hat absolute Vorteile in allen Bereichen, es kann trotzdem noch sein, dass wir Menschen relative Vorteile oder komparative Vorteile haben, so nennen Ökonomen das. Also es kann sein, dass uns die künstliche Intelligenz zum Beispiel, dass sie 100 Mal so guter Ingenieur ist wie wir, aber vielleicht nur ein 10 Mal so guter Kindergärtner wie wir. Und dann würden wir uns auf die Bereiche spezialisieren, die wir relativ zur KI besser können. Wenn wir denn melden. Wenn wir es wollen. Das ist auch eine offene Frage. Also ich habe eben das Beispiel genannt mit Kindergärtnern. Also mir scheint plausibel, dass auch noch auf sehr lange Zeit Menschen ihre Kinder eher einem biologischen Menschen anvertrauen wollen oder vielleicht auch die pflegebedürftigen Angehörigen eher einer menschlichen Pflegekraft anvertrauen wollen als jetzt ein Roboter. Trotzdem auch hier Roboter können unterstützend natürlich sein. Also in einigen Bereichen ist dieses Leontjevsche Paradies-Szenario nicht ganz so plausibel. Aber wir haben ja einen Gedankensmoment. Auch in diesem Gedankensmoment wäre die KI in den Bereichen besser. Und wenn wir sehen, was es heute alles so gibt, wie zum Beispiel KI-basierte Psychotherapeuten, die genau erkennen, also den Persönlichkeitstyp erkennen und genau aus einer großen Datenbank dann auch entscheiden können, welche Fragen sie stellen, welche Antworten sie geben und so weiter. Da gibt es auch Fortschritte, sogar in den Bereichen, wo wir es gar nicht stark erwarten würden. Aber ja, wenn die KI uns in allen Bereichen überlegen ist und vielleicht auch gleichmäßig überlegen ist, die Löhne gehen zurück zumindest und die Kapitaleinkünfte, sie steigen. Und dann ist die Frage, wie gehen wir mit so einem Szenario? Ja, da kann ich auch was zu sagen. Also wir haben einen großen Wohlstand dann, aber es stellen sich Verteilungsfragen und da sind wir beim Steuersystem und das behandeln wir in dem Paper Taxing Artificial Intelligence. Genau. Also wie würde dann im Prinzip die Besteuerung aussehen? Und du schlägst ja im Grunde vor, dass wir von einem umlagefinanzierten Rentensystem hin zu einem kapitalfinanzierten Rentensystem quasi wechseln würden. Dann hat man natürlich da das Problem, dass du eine Generation hast, die doppelt bezahlen müsste. Aber wenn die Erträge aus Kapital, aus dem Hebelkapital größer sind, dann ist es natürlich so, dass man diesen Wechsel irgendwann vollziehen sollte. Genau. Also hier sind wir schon noch bei einer anderen Dimension, nämlich beim Rentensystem. Das wird jetzt das nächste Paper sein, wie können wir die KI ins Rentensystem integrieren. Beim Steuersystem, da beginnen wir mit einem Trilemma. Ja, wir sagen also, es gibt drei Ziele, die Menschen plausiblerweise haben. Das erste ist, Kapitalgüter sollten möglichst nah an Null besteuert werden. Ja, da gibt es einen breiten Konsens bei Ökonomen, dass es so sein sollte. Worauf passiert dieser Konsens? Genau, es gibt das sogenannte Cham-Li-Jud-Theore, dass das besagt und es gibt ein paar Argumente dafür. Ein Argument ist, dass eine Kapitalbesteuerung ja den Aufbau des Kapitalstocks bremst. Ja, das wäre so, als hätten wir den Flug ursprünglich besteuert und wir hätten dann natürlich die Agrarrevolution gebremst. Und ich hatte eben an den Wachstumszahlen ja gesagt, dass es einen dramatischen Unterschied hat, ob wir zwei Prozent Wachstum im Jahr haben, drei Prozent, vier Prozent oder fünf Prozent, dramatischer Unterschied. Und wenn wir das bremsen, also den Aufbau des Kapitalstocks, wir den Flug besteuern, die KI, Innovationen besteuern, dann ist das insgesamt für die Menschheit schlechter. So, das ist also das Kapitalstock-Argument. Dann gibt es noch ein anderes subtiles Steuer-Inzidenz-theorisches Argument. Was ist denn ein Kriterium, das wir formulieren an einer Erwartung, die wir haben an ein effizientes Steuersystem? Die Erwartung ist, dass wenn wir eine Präferenzordnung haben, also wir schreiben auf, was wir so machen wollen. Wir stellen eine List, also wir machen erstens, was ist unsere erste Präferenz, unsere zweite Präferenz, unsere dritte Präferenz. Und jetzt besteuern wir, dann sollte diese Präferenzordnung, wenn es geht, nicht durcheinandergewürfelt werden. Ja, das wäre ineffizient, wenn die jetzt plötzlich auf den Kopf gestellt wird, hamutiert durcheinandergewürfelt wird. Und Kapitalbesteuerung in einem ganz wichtigen Punkt führt dazu, dass diese Präferenzordnung durcheinandergewürfelt wird. Und zwar privilegiert Kapitalbesteuerung den gegenwärtigen Konsum gegenüber dem zukünftigen Konsum. Denn ich kann ja heute entscheiden, was mache ich mit dem zusätzlichen Euro, den ich habe. Möchte ich ihn heute konsumieren oder möchte ich ihn sparen, investieren, zum Beispiel in ein Haus oder anderes. Und dann vielleicht in 30 Jahren später die Früchte daraus konsumieren. Und wenn diese Kapitalträge besteuert werden, habe ich einen größeren Anreiz, den Konsum vorzuziehen. Also heute schon zu konsumieren und nicht in der Zukunft. Und das ist ineffizient. Also aus diesen Gründen sollte Kapitalträge möglichst nah an Null besteuert werden. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber tendenziell, sie sollten nah an Null besteuert werden. Das ist also das erste Ziel, das wir in unserem Trilemma formuliert haben oder begründet haben. Das zweite Ziel, und um zum ersten Ziel noch ergänzend zu sagen, künstliche Ergänzen sind ja so etwas wie ein Kapitalgut. Das sehen wir daran, dass wir einen Roboter nicht direkt konsumieren können. Wir können ihn nicht aufessen, aber wir können das aufessen oder konsumieren, das der Roboter hergestellt hat. Solange sie eben keine eigenständigen, autonomen Entitäten sind. Richtig, und da berührt sich die ökonomische Frage mit der philosophischen Frage, die wir vorhin hatten. Denn wenn es sich tatsächlich herausstellen sollte, dass künstliche Ergänzen so etwas Bewusstsein haben, dann müssen wir sie anders klassifizieren. Nicht nur als ein Kapitalgut und Maschine, sondern eben auch als fast schon ein Mensch. Und das ist dann eine philosophische und ökonomische interessante Frage. Wie integrieren wir solche Wesen, die Zwitterwesen sind, halb Mensch, halb Maschine, in unseren ökonomischen Modellen? Aber gehen wir erstmal davon aus, zumindest in den nächsten Jahrzehnten wird es ja wahrscheinlich noch so sein, dass die künstlichen Ergänzen Maschinen sind, dass sie Kapitalgüter sind. Dann folgt also aus dem ersten Ziel, das ich formuliert habe, dass wir den Output von künstlichen Ergänzen möglichst nah an Null besteuern sollten. Genau, weil es Kapitalgut ist. Das ist das zweite Ziel, das wir formuliert haben. Das zweite Ziel besagt, dass der Output von Menschen sollte nicht stärker besteuert werden als der Output von Maschinen. Und der Grund ist folgender. Stellen wir uns vor, wir haben Nikolaus den Menschen und daneben Nikolaus den Bot. Und wir sind irgendwann in der Lage, dich nachzubauen in einem Gedankensperiment. Wir haben einen Androiden, also einen Roboter, mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, ein menschenähnlicher Roboter mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Für mich als Außenstehender, ich kann den Unterschied vielleicht gar nicht erkennen. Und jetzt will ich entscheiden, ob ich dich in meiner Firma einstelle, Nikolaus den Menschen oder Nikolaus den Bot. Und wenn ich bei Nikolaus den Menschen Einkommenssteuer zahlen muss, Lohnnebenkosten zahlen muss und so weiter, bei Nikolaus dem Bot aber nicht, dann neige ich natürlich immer dazu, den Bot, den Roboter, die künstliche Intelligenz zu privilegieren, einzustellen. Das ist ungerecht und es ist auch ineffizient, weil von außen betrachtet ja zwischen euch gar kein Unterschied ist. Wir sollten die also euch nicht unterschiedlich behandeln. Es ist erst recht ineffizient, wenn du mit Bewusstsein ausgestattet bist, der Roboter aber nicht. Dann ist es natürlich ungerecht, dass ich deinen Output besteue und dir was wegnehme, obwohl du ja davon profitieren würdest und Utils generieren, also Nutzeinheiten generieren würdest. Die Utils sprudeln bei dir, aber nicht beim Roboter. Es wäre also ineffizient aus vielen Gründen und es wäre ungerecht aus vielen Gründen. Und deshalb das zweite Ziel, wir sollten den Output eines Menschen nicht höher besteuern als den Output eines Roboter. Und wir sehen jetzt schon, dass aus den beiden Zielen übrigens deduktiv folgt, wenn wir diese beiden Ziele zur ersten und zweiten Prämisse eines deduktiven Arguments machen, folgt daraus schon die Konklusion, dass wir auch den Output von Menschen möglichst nah an Null besteuern sollten. Ja, denn wenn wir den schonen Roboter nicht besteuern, sollten wir die erst recht nicht und auch nicht besteuern. Das führt dann natürlich zur Frage, wie man Steuern einnimmt. Ja, und das ist nämlich das dritte Ziel. Das dritte Ziel, das viele haben von uns, ist, wir sollten den Output von Menschen besteuern und einfach, weil wir Einnahmen brauchen. Ja, wir brauchen ja Einnahmen, um zum Beispiel öffentliche Güter zu finanzieren, damit meine Ökonomen Güter, die nicht ausschließbar und nicht rival sind, zum Beispiel Verteidigung oder Asteroidenabwehr. Wir wollen nicht, dass ein Asteroid einschlägt wie vor 66 Millionen Jahren, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. Das ist ein typisches öffentliches Gut. Also es ist nicht ausschließbar, nicht rival. Und einige Ökonomen, die meisten Ökonomen sagen, sowas sollte auch kollektiv finanziert werden, zumindest nicht zwingend kollektiv bereitgestellt, aber doch kollektiv finanziert. Außer in Gerechtigkeitserwägung haben wir einige. Das kannst du Rawlsianisch begründen mit Schleides Nichtwissens und so weiter. Die meisten haben die Intuition auch, unabhängig jetzt von Philosophie. Und das dritte Ziel sehen wir aber schließlich mit den ersten beiden Zielen aus. Wir haben ja gesehen, aus den ersten beiden Zielen folgt ja, dass auch Menschen, dass der Output von Menschen möglichst nahe Null besteuert werden sollte. Also das nennen Philosophen und Ökonomen ein Trilemma. Wir haben drei Ziele und wir können sie nicht alle drei realisieren. Wir müssen mindestens eins von den drei Zielen opfern. Und jetzt haben wir diskutiert, welches opfern wir am ehesten. Und die ersten beiden scheinen uns sehr, sehr stabil zu sein und sehr fundiert. Also die lassen sich sehr schlecht opfern. Und das Gute beim dritten Ziel ist, wir können das erreichen, was das Ziel hinter dem Ziel ist. Das Ziel hinter dem dritten Ziel ist ja, Einnahmen zu generieren. Das können wir auf eine viel elegantere und effizientere Weise machen. Und da haben wir den Vorschlag und den haben andere Ökonomen schon gemacht. Wir haben es jetzt im Rahmen von KI mal gemacht, dass wir hin zu einer Konsumbesteuerung übergehen. Ja, von einer Ertragssteuer hin zu einer Konsumsteuer. Also statt den Output von Menschen oder Maschinen zu besteuern, statt Kapitalerträge oder auch die Lohneinkünfte zu besteuern, wollen wir eher hin zu einer Konsumsteuer gehen. Und das hätte den Vorteil, dass wir alle drei Ziele dann doch erreichen können. Das erste, zweite Ziel und das Ziel hinter dem dritten Ziel ebenfalls. Wäre diese Konsumsteuer dann, hätte die ein, wie formuliert man es am besten, hätte die ein progressives Element? Ja, das wäre möglich. Also das kommt darauf an, was die Präferenz ist der Wähler, der Politiker. Die haben ja unterschiedliche Präferenzen, das wird ja dann abgestimmt regelmäßig darüber. Einige wollen einen stärker progressiven Verlauf, einige wollen einen vielleicht flacheren Verlauf, haben flat tax oder degressiven Verlauf. Da gibt es unterschiedliche Präferenzen. Und Ökonomen akzeptieren ja diese Präferenzen. Also wir Ökonomen sagen, ja, wenn jetzt Politiker zu uns kommen und sagen, das sind jetzt die Wünsche unserer Wähler, dann müssen wir das akzeptieren. Aber wir machen dann einen Vorschlag, der möglichst effizient ist. Und eine progressive Konsumsteuer wäre möglich. Also daran scheitert, daran würde eine Konsumsteuer nicht scheitern. Einige führen ja das Argument an gegen eine Konsumsteuer, dass das halt die Geringverdiener stärker belastet, proportional, weil tatsächlich empirisch Geringverdiener einen stärkeren Teil ihres Einkommens verkonsumieren. Und sie konsumieren weniger in absoluten Zahlen als Gutverdiener, aber als Anteil am Einkommen konsumieren sie mehr. Und das ist natürlich dann ungerecht, die Stärke zu besteuern. Aber hier ist das Argument, wir können auch eine progressive Konsumsteuer einführen. Und da ist die Frage, wie lässt sich das realisieren? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, wir können natürlich verschiedene Produkttypen unterschiedlich besteuern. Einige Produkte werden mehr von Gutverdienern im Schnitt konsumiert, andere eher von Geringverdienern. Wir würden also den Champagner anders besteuern als die Flasche Bier zum Beispiel. Das ist natürlich auch wieder sehr kompliziert und ineffizient. Und wie machen wir das genau? Wie definieren wir jetzt die Produktklassen und so weiter? Der andere Weg ist eleganter und der ist, dass wir einfach uns anschauen, was ist denn der Konsum pro Jahr? Und der Konsum ist ja einfach Einkommen minus Erspartes. Menschen haben also pro Jahr ein bestimmtes Einkommen aus Kapital, aus Arbeit. Und davon ziehen wir ab das Ersparte. Was also investiert wird, zum Beispiel in ein Haus oder in eine Firma, Aktie und so weiter. Und dann bleibt ein bestimmter Betrag übrig und den können wir dann progressiv besteuern. Und das ist effizient. Das mit der Effizienz haben wir begründet, weil wir damit die drei Ziele, also die ersten beiden Ziele erreichen und das Ziel hinter dem dritten Ziel. Und es ist auch gerecht, denn wir können uns ja mal Beispiele überlegen, wo zum Beispiel eine sehr erfolgreiche Unternehmerin, vielleicht sogar eine KI-Unternehmerin, sehr fleißig ist und sie erwirtschaftet eine Million Euro pro Jahr. Sie ist aber sehr sparsam, lebt vielleicht noch in ihrer Studentenwohnung und konsumiert nur 20.000 Euro pro Jahr. Und dann haben wir einen Manager, der verdient vielleicht 200.000 Euro pro Jahr und nehmen wir mal an, dass er die komplett verkonsumiert. So, das heißt, sollen wir jetzt die KI-Unternehmerin stärker besteuern als den Manager? Ich meine, sie hat ein höheres Einkommen, nämlich eine Million pro Jahr, er hat nur 200.000 pro Jahr. Trotzdem scheint es nicht gerecht, sie stärker zu besteuern, weil sie ja nur einen kleinen Teil von dem Kuchen... Sie backt einen großen Kuchen und nimmt sich nur ein kleines Teil von dem Kuchen selbst und der Rest des Kuchen, also sie nimmt sich 20.000 selbst von der Million, die sie erwirtschaftet, 980.000, die gibt sie halt an andere, die gibt sie an Investoren, an Konsumenten. Das wird dann über den Kanal von Banken und so weiter. Vielleicht investiert sie auch in Firmen. Also das fließt ja an andere und dann scheint es auch gerecht, dass wir nur die Komponente besteuern, die konsumiert wird. Ja gut, dann haben wir diesen Themenkom...